Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Wenn ein neuer Trainer vorgestellt wird, ist ja immer die große Frage, welchen Fußball wird es nun geben, für welchen Fußball steht der neue Coach und natürlich wurde auch das Frank Kramer gefragt. Und es gibt ja nächste Saison ein Ziel für uns alle und das ist der Klassenerhalt und um das am Ende zu schaffen, will Kramer einen mutigen Fußball spielen lassen. Mutig sein bedeutet, den Gegner bei dessen Ballbesitz so früh wie möglich zu attackieren, nennt der 50-Jährige ein Beispiel für den angedachten Spielstil unter seiner Regie. Bei Ballgewinn gelte es, schnell umzuschalten und die Unordnung des Gegners auszunutzen. Bei eigenem geordneten Aufbauspiel sei es wiederum von Bedeutung, den Ball flach durch die eigenen Reihen laufen zu lassen, um in die Vorwärtsbewegung zu kommen. Wenn wir angreifen, wollen wir im letzten Drittel so viele Spieler wie möglich vor dem Tor haben, sagt Kramer. Neben dem Ergebnis zählt für den Chef dann aber auch das Auftreten seiner Schützlinge. Ich möchte, dass wir so spielen, dass die Fans, wenn sie nach dem Spiel nach Hause gehen, sagen, das ist unser FC Schalke 04, so wollen wir die Mannschaft sehen. Natürlich ist das jetzt 0,0 detailreich, was Frank Kramer da gesagt hat, aber prinzipiell finde ich das auch gar nicht schlecht. Wenn wir uns mal an die typischen Trainervorstellungen erinnern und wir haben ja viele gesehen in den letzten Jahren, wurde immer wieder davon geschwärmt, was wir jetzt für einen tollen Fußball sehen werden. Jetzt ist die Spielidee richtig ausgehalten, jetzt wird es richtig gut funktionieren und das, was Kramer beschreibt, ist einfach eine gute Spielweise für einen Aufsteiger. Mutig sein, aber auch nie die defensive Stabilität außer Acht lassen, was er auch nochmal angerissen hat, war, dass er überhaupt keine Sorgen hat, dass Simon Terodde keine Tore schießen wird. Sprich, auch da sollten wir uns sicher sein, dass darauf Wert gelegt wird, unsere Nummer 9 zu füttern und deswegen finde ich, macht die Art und Weise, die Kramer da beschreibt, durchaus Sinn. Auch wenn es natürlich noch ohne Details wirklich ist, was aber auch wiederum klar ist, weil der Kader ja noch gar nicht dafür fertig gemacht wurde. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.